Mhhh... Mhhh... Mädel, liebe Freunde... Hallo, ich höre mich vielleicht noch ein bisschen komisch an. Wahrscheinlich schon. Ich hatte gestern meine Weisheitsstand-OP und fühle mich eigentlich auch noch nicht wirklich gut und eigentlich auch noch nicht bereit, so ein Video aufzunehmen, aber ich wollte jetzt erstmal zwei Sachen abhandeln und zwar einmal wollte ich ankündigen, dass diesen Sonntag ein Stream kommen wird. 16, 17, 18 Uhr weiß ich noch nicht genau. Irgendwie in der Dreh. Ich werde den dann im Community-Tap die Tage nochmal ankündigen. Da werden wir dann auch das Klonter-Video gucken über die Rudi-Tapes und ja, da schaut auf jeden Fall gerne vorbei und das zweite Thema ist halt das, wo mich jetzt sehr viele Leute gefragt haben, ob ich dazu mal Stellung nehmen kann und wie gesagt, ich mache es jetzt mal in dem kleinen Video hier, auch wenn es mir eigentlich noch nicht ganz so gut geht. Und zwar geht es um, ja, die Inge und Klonter-Thematik und auch ein bisschen um das Lager-Thema. Vorab muss ich erstmal sagen über das Lager-Thema, es wird die Tage noch eine Podcast-Folge mit mir und dem Rübenfuchs kommen, da haben wir auch nochmal über die Lager-Thematik geredet. Die Informationen sind ja dann mittlerweile auch nicht mehr ganz aktuell, deswegen seid nicht verwundert, wenn wir da einige Sachen nicht kennen, die jetzt mittlerweile natürlich dann publik sind. Ich warte noch, dass das Video freigeschaltet wird. Naja, auf jeden Fall was wollte ich sagen? Genau, die Inge-Klonter-Thematik, viele Leute haben gesagt, hey, sag mal was dazu, was hältst du davon? Für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, fasse ich es kurz zusammen. Es war so, ganz grob zusammengefasst, Inge hat Klonter einen Strike reingehauen und angeblich, das weiß man nicht, soll Klonter dann die Eule gestrikt haben beziehungsweise, äh, dann verpetzt haben, mehr oder weniger, wegen Urheberrecht, äh, worauf dann quasi, äh, Inge gesperrt wurde. Ja, der Kanal ist ja gesperrt, also ist ja wohl Fakt, dass sie halt nicht mehr da ist, ähm, und, ja, was kann man dazu sagen? Es ist halt verdächtig, äh, das könnte schon sein, dass Klonter das gemacht hat, aber, ich bin der Meinung, äh, wir haben hier eine Unschuldsvermutung und solange das, ja, nicht bewiesen ist, dass Klonter das wirklich gemacht hat, er selber streitet das Ganze auch ab, äh, bin ich der Meinung, man sollte ihn da jetzt nicht so angehen, also, klar, es ist schon auffällig, dass er einen Strike kassiert und, äh, dann einen Tag später also über der Kanal von der Eule weg, ist wirklich auffällig, natürlich, kann man auch seine Meinung zu haben, aber, äh, wie gesagt, ich bin der Meinung, solange da nichts verwiesen ist, ähm, sollte man die Leute auch in Ruhe lassen. Und viele Leute haben auch gefragt, wie finde ich, äh, das Ganze, das halt innerhalb des Games sich Leute striken oder, oder angehen und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es natürlich absolut schrecklich, weil, äh, ja, wir als Community im Drachengame, sag ich mal, äh, wir sind ja wirklich eigentlich dafür da, um Rainer zu kritisieren oder, ähm, ja, seine Fehler aufzuzeigen und nicht, um uns gegenseitig das Leben noch schwerer zu machen. Äh, ich finde es generell immer sehr, äh, doof, wenn Haterkanäte gestrikt oder, oder auch weggemittelt werden, aber noch viel schlimmer finde ich es, wenn das, äh, die Creator untereinander machen. Deswegen, ja, ich finde es, ich finde es auf jeden Fall blöd, ich hoffe, äh, das bleibt bei diesem Fall und, äh, das beruhigt sich alles wieder, aber, ja, auf jeden Fall sehr schade das Ganze, weil, wie gesagt, wir sollten zusammenstehen, äh, und nicht, äh, uns gegenseitig wegmitteln. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ja, ansonsten wollte ich noch ein paar Worte zur Lagerthematik verlieren. Wie gesagt, ich will das Video jetzt nicht ganz so lang machen, weil ich kann auch einfach nicht so lang, äh, reden. Es ist einfach noch nicht so ganz gut bei mir. Äh, äh, ja. Was gibt's dazu zu sagen? Also, Rainer hat, äh, einen Stream gemacht und da hat er grob ein bisschen über das Thema geredet. Äh, ich, wie gesagt, kann jetzt kein langes Video dazu machen. Vielleicht gucken wir uns den Stream dann mal am Sonntag an. Schauen wir mal. Äh, und dann machen wir da nochmal, äh, ja, separates Video zu. Aber was ich sagen kann, er sagt so ungefähr, ja, da wurde eingebrochen, äh, und er wollte es erst nicht glauben und, äh, ja, droht jetzt Klonter mit, ähm, ja, mit einer Anzeige oder, oder, äh, wir sehen uns vor Gericht so ungefähr. Äh, ja, keine Ahnung, was man davon halten soll, ob das, äh, wahr ist, ob das gelogen ist. Wenn Rainer irgendwas sagt, ist es halt sehr schwer, ähm, ja, den Wahrheitsgehalt der Aussage, ähm, zu prüfen, beziehungsweise man kann sich eigentlich oft sicher sein, wenn Rainer irgendwas sagt, dass es gelogen ist. Auch hier weiß ich nicht, was ich davon wirklich denken soll. Äh, ich selber habe halt nicht geglaubt, dass eingebrochen wurde, sondern ich habe immer diese These geglaubt, dass, äh, das Lager nicht bezahlt wurde und, äh, dass die Sachen deswegen quasi zwangsversteigert oder weggeworfen oder was auch immer wurden. Äh, so ganz klar scheint das alles noch nicht zu sein. Wenn ihr da noch Informationen für mich habt, schreibt sie mir gern. Wir reden Sonntag auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausführlicher über das ganze Thema. Ich wollte nur ein bisschen noch meinen Senf dazugeben. Ja, Leute, macht euch noch einen schönen Tag, äh, ich mach mir jetzt Eis auf die Backe, haut rein und wir hören uns dann, äh, spätestens Sonntag. Ich habe übrigens noch Videos vorproduziert, äh, also es kommen bis Sonntag noch andere Videos, das ist, äh, alles gar kein Problem. Wir hören uns Sonntag, haut rein und ich würde mich freuen, wenn ihr am Livestream seid. Und sorry nochmal für die Mitglieder, die ich jetzt nicht vorgelesen habe. Ich, wie gesagt, ich will so wenig wie möglich reden. Haut rein, bis Sonntag und ciao, ciao, euer Wingel Borrel.